Es ist Montag, 7 Uhr. Zeit für den Montagswitz. Ein blinder Mann hat sich am Parkplatz verirrt. Kommt ein Sehender und fragt ihn. Entschuldigung, was für ein Auto fahren Sie? Kann ich Sie zu Ihrem Auto bringen? Sagt der Blinder Mann. Nein, nein, kein Problem. Ich hab nur meine Autoschlüssel verloren. Das war der Montagswitz für die Woche. Danke an Boris Trinkler. Er hat mir diesen Witz via Mail geschickt. Wenn ihr einen Behindertenwitz habt, den ihr gerne hier als Montagswitz hören wollt, schickt ihn mir entweder an mtv.mabacher.com oder hier in die Kommentare oder auf der Facebook-Seite. Ich freue mich drauf, von euch was zu hören. Und bis dahin, wenn ihr ein Abo da lasst, seid ihr nächste Woche wieder mit dabei. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Habt viel Spaß mit dem Montagswitzen. Und Baba! ... ... ... ... ...